Hallihallo, wie geht's denn so? Ich bin's wieder, euer Eliming Wahnsinn. Ich heiße euch heute alle wieder herzlichstens Willkommen zu einer weiteren Runde Gorn. Und heute wollen wir eine Challenge machen. Die 100-Mann-Challenge. Wir wollen 100 Gegner mit bloßer Faust kaputt schlagen und das in der vorgegebenen Zeit, dass wir nicht zu lange rummachen. Du wisst ja, wir müssen das schon schnell machen hier. Huh, huh, okay. Am Anfang sind's relativ wenig, ne? Ja, dann geht das relativ schnell. Alter, ich kann mal richtig trainieren. Ihr seht, hier ist mein Bizeps. Ja, den seht man nicht, gell? Jo, jo, ne? Ach ja. Die reiß ich den Kopf ab. Alter, was ist denn los? Sitzt da wie so ein Trauerkloß. Ich hab ihn von seinem Leiden erlöst. Ah, okay, jetzt kommen schon mal ein paar mehr. So. Gerade den nächsten plattgemacht. Komm, jetzt bist du der Nächste hier. Ja. Okay, sechs Kills. Okay. Keine Sorge, Freunde. Es werden noch viel, viel mehr kommen. Dann wird es ja richtig interessant noch. Boah. Okay. Es hört sich nach, auf jeden Fall mal mit... Oh ja, das hört sich nach vielen an. Skill, Bruder. Skill, hier. Okay. Hey, was ist denn passiert? Ach, du Scheiße. Ich bin ein Magier. Ja. Ist der tot? Ich hoff's. Huah. Hu. Alter. Wir sind bei 15 Kills erst. Und ich bin richtig außer Atem schon. Na gut, ich hab mich vorher auch schon ein bisschen warm gemacht. Aber es ist halt... So leicht nun auch wieder nicht. 100 Gegner. Wir sind jetzt gleich bei 20, wenn ich den hier... Blatt gemacht habe. Jet. Jet. Punch. Oh. Ich denke, alle Boxer werden sich jetzt denken. Was ist das denn für eine Kackspaste hier? Ja. Ja. Okay. Ich bin es vielleicht nicht der größte Boxer, aber ich bin die Lemming-Wanze. Und die Lemming-Wanze musste ich halt durchkämpfen. Ja. Ja. Blatt. Und. Folgt. Ja. Blut und Ehre. Ja. 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 Okay. Alles klar. 33 Gegner schon. Wir haben 33 Gegner, Freunde. Es ist immer auf meine Faust gefallen. Boah. Junge, ich glaube, da sterben deine Fingerknöschel, wenn du das den ganzen Tag machst. Ja. Ja. Okay. Alles klar. Okay. Du bist der Erste. Ja. 40 Kills. Wir sind bei 40 Kills, Freunde. Och, Mann. Was ist denn jetzt schon wieder? Irgendwas ist da? Danke dafür, dass ich schon wieder beim Spielen dabei unterbrochen immer werde, weil sowas es kotzt mich an. Vor allem, wenn ich hier gerade dabei bin. Och. 100 Gegner Platz machen. Wir sind gleich bei der Hälfte. Wir sind gleich bei der Hälfte, Freunde. Alter, der ganze Boden ist voll versifft. Willst du mal hier einer durchputzen hier? Ja. 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 Boah Boah, du Scheiße Boah, du Scheiße, hier ist so eine hohe FPS-Zahl Das gibt's gar nicht Boah Komm, das schaffen wir noch Das schaffen wir noch Boah 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 Komm her Nimm Tschüss Komm schon, komm schon Ja, ich bin bereit Boah 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 Und du bist der Nächste, jetzt. 80 Stück. Und ich kämpfe immer noch. Und der, der ist ein Champion. Dem steckt zwar ein Pfahl im Arsch, aber... Es soll so sein, der hängt immer noch da. Du arme Sau. Boah. 82. Okay. Okay, 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 kommt. Ja! So langsam komme ich in Bedrängnis. Alter, dem hängt der Kopf da jetzt. Ach, du Scheiße. Boah. Sieben Kills noch, Freunde. Sieben Kills noch. Nur noch sieben Kills. Boah. Vier. Vier. Ja. Neunundneunzig. Ja. Und einhundert. Jetzt müssen wir uns noch den Scheiß-Weg hier freischlagen. Und jetzt haben wir es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich fass es nicht. Wir sind bei über... ...hunderten Gegnern. Ja! Ja! Okay, und tschüss. Oh, Scheiße, Scheiße. Schnell, schnell, schnell weg hier. Schnell weg hier. Ich guck mal kurz, wie lang war es schon. Ach, komm. Na, das ist mir zu viel FPS hier jetzt. Die Fot... Das ist... Diese... Die Bildanzahl pro Sekunde, das war einfach jetzt viel zu schlimm. Okay. Oh. Ihr habt es gesehen, ich habe Champions-None gemacht, denn sonst hätten wir das nie hingekriegt. Dann habe ich kein Royal Rumble drin gehabt. Wir hatten Enemy Weapons, Enemy Armor normal, sogar ein bisschen mehr. Enemy Amount viel, viel mehr, damit wir das auch hinkriegen in der Zeit. Enemy Speed ganz normal, Damage Scale ganz normal. Player Size, ich bin genauso groß wie die. Head Size, alles normal, alles normal, Leute. Hier haben wir halt damit... Ah, guck mal hier, Nox Scale, sogar von mir, ist sogar noch ein bisschen geringer gewesen. Wir haben nichts angehabt. Wir haben das allein durch unsere Muskelkraft. Ja, gut, Muskelkraft, ja. Man sieht es, gell? Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like und eine Bewertung da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder bei der Lemming-Wanser ein. Und, ähm... Ja, ich hoffe, ihr habt einfach mal einen geilen Tag. Genießt das Wetter. Ja, gut, das ist ein bisschen kalt gerade. Aber das ist auch mal ganz gut, nach dem heißen Sommer. Freut euch auf Weihnachten. Freut euch auf jede Folge Lemming-Wanser. Hau da rein, bleibt er dabei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.